Jürgen Janssen, keine 60 Sekunden später. Das ist Danny Schwarz, Scholz-Schattenmann heute Abend. Und Schwarz und 1 zu 0. Die Sensation. Führung für den kleinsten Klub der Liga gegen die großen Bayern. Erst das zweite Tor für Unterhaching in dieser laufenden Spielzeit. Er war machtlos. Warum? Das zeigt die bildlich belegte Analyse dieses Treffers. Noch einmal. Das ist Danny Schwarz. Keiner stört ihn. Linkes Ausrutscher. Und hier. Abgefälscht von Sammy Kufur. Noch einmal aus der Hintertorperspektive. Der Mann aus Ghana, der Unglücksrabe. Erst rot in Helsingburg. Und jetzt fast ein halbes Eigentor. Der Pechvogel der Woche. Sammy Kufur.